Servus, zurück zu Let's Play Assassin's Creed Gronycus, China. Die letzte Aufnahme war etwas ernüchternd, nachdem wir da so oft gestorben sind. Hoffen wir, damit es jetzt besser wird. Ach, genau so. Ich muss das Garten abzutreten. Geh die Mongolien raus. Okay, gut, ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Aha. Ja, was hat man denn über? Ähm, ja, soll das alles ein bisschen besser werden. Heute hin, heute wieder aufhören. Eine kurze Aufnahme, da ich wieder mal etwas spät dran bin. Und noch ein bisschen was vor mir habe. Vielleicht läuft der hier mal. Oh. Schaut durchs Fenster. Nein, schaut doch nicht. Okay, gut. Warten wir einfach, bis ihr wieder zurückkommt. Inzwischen meist wieder mehr Schleichen, kürzer und so weiter. Und, ja. Ich wollte mich auch gleich entschuldigen, damit, ähm, Dienstag kein Assassin's Creed kam. Ich habe mich einfach, ähm, Montag nicht so wohl gefühlt. Auf gut Deutsch mir ging es auch wieder gut am Abend. Und deswegen... ...habe ich... ...ähm, nicht mehr es geschafft aufzunehmen. Ich habe es deswegen gleich gelassen. Super. Ja, hoch. Haben wir ja schon voll. Genau. Deswegen kam es da kein Video. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm. Aber, ja. Kann man jetzt nichts ändern. Dafür wird dann, wenn dies wieder rauskommt, als Erste kein The Division kommen. Weil ich das dann dafür nicht schaffe, aufzunehmen. Ja. Könnte alles ein bisschen besser wieder laufen. Ah, ja. Schöpfe Schala. Hm, dort gibt's was. Ich bin gerade am überlegen. Äh, nein, der Braung kann man den weglassen, ja. Danieber. Da oben ist ein Antatzi. Da unten. Da hinten irgendwo. Okay. Kommen wir bald durch. Wow, 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 wow. Ich seh's jetzt ein... Ah, das musst du hier links. Schau da runter. Okay, gut, da kann man nicht entlang. Wieso eigentlich nicht? Hä? Hä? Uh, das war knapp. Schein, gleich da. Der ist in die Falschritung geflogen. Ah, 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 ah. Ah, schein, gleich. Oh, oh, oh. Nein. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Schlechte, 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 schlecht. Ach, komm. Ja. Das ist schlecht. Ah. Ihhh. Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Ach, stimmt, den habe ich umgebracht. Hübsch, bin ich wieder vergessen. Hm. schlimm das hat so gut geklappt jetzt das ist kritisch wenn ich da entlang gehe so und so nix ja und da springe ich in tod ist klar aber wieso kann der dann das war schlecht sieht er mich sieht er mich sieht er mich sieht ich bin ich jetzt haut es auch wieder hin da hinten kann man was holen wir müssen nur einmal sterben dann haut es wieder hin ja gut das heißt ja dafür wieder gold läuft wieder jetzt bin ich nur okay da geht es nicht weiter ach da hätte ich mir auch super hätten wir uns einfach unten hängen können ich glaube und dann nicken hoch auch in die nicht kurzball zu den fans Klack, 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 da wieder lieber, da wieder lieber, da wieder lieber, und da springen wir bis darüber, ups, so, da, wir müssen da hoch, das wird lustig, dass das wo, wie dem aus dem Hasenstrom, äh, ne, ach, keine Ahnung, kann ich da irgendwo hoch, klasse, da komm ich, nein, ich wollte da noch Rand hoch, uja, ich glaube, es ist ja noch ein Hund, es gibt hier nichts zu sehen, nein, nein, oder vielleicht, hm, nein, ich, das war ein Fehler, Hopp, tu was, Ah, das hieß, hallo, hallo, jetzt war ich zu lange ruhig, und der, Oh, fuck, no, Hm, hm hm. So, greif an, greif an, zwei Schildes, dann ruhig. Stirb, stirb. Ah, halbes Leben verloren. Oh, können wir nichts machen. Schriftwurme. Ah, okay, da können wir drüber. Ähm, jetzt wäre vielleicht taktisch klüger, wenn wir da drüben runter springen. Und da drüben ablegen. Den da mitnehmen. Da drüben ablegen. Aha. Dann kralen wir nicht da unten entlang. Wird vielleicht taktisch klüger sein. Außer der sieht uns natürlich da. Das wäre nicht zu glück, aber. Ups. Gute Schotten bis zu drüben hin. Ah, super. Das hat doch nicht ganz hin. Hat doch nicht hin. Schade. Schade. Wow, war knapp. Wir graben jetzt da oben entlang. Dann da hoch. Dann schauen wir uns mal nochmal den Laufweg von dem Typen an. Dann müssen wir da drüben entlang gehen. Okay. Ähm. Vielleicht sollte er da ein bisschen über. Der läuft hier mit ganz Stücken da entlang. dann. Ich bin mir noch nicht so sicher wie weit der schauen kann. Oh Gott. so gut.